Körpersprache in der Führung. Wie hilfreich kann das sein? Wie sehr bringt dich das in eine souveräne, überzeugende Lage? Darum geht es in der heutigen Folge und damit erstmal hallo und herzlich willkommen bei Big Bang Live, dein Podcast für Neustart in Herzen und Körper mit dem Schusscharisma. Denn mein Name ist Silke und ich bin die Chefin der Charisma-Schule, deshalb kommen wir um das Thema Charisma nicht umhin und ein großer Bestandteil von Charisma ist ja die Körpersprache. Und viele Unternehmer, Führungskräfte, Chefs denken immer noch, Führung ist eigentlich egal wie, Hauptsache das was wird irgendwie auf den Tisch geklatscht oder man wiederholt es 3000 Mal schon ziemlich genervt, dann und es wird schon irgendwie gehen. Nein, geht es nicht. Denn Hand aufs Herz, wenn du dir mal überlegst, vielleicht hast du schon mal in einem Meeting gesessen und hast einen anderen Chef, einen anderen Unternehmer, eine andere Führungskraft beobachtet und der eine hat das Gleiche gesagt wie der andere, aber der eine wurde überhört, während ein anderer Kollege nur dadurch, dass er seine Stimme erhob, war stille. Da war er noch gar nicht klar, was er überhaupt sagen will. Und genau diese Art und Weise, wie man spricht, das ist die Kraft der nonverbalen Kommunikation. Und jetzt stell dir mal vor, du könntest diese Macht, diese Kraft kanalisieren und ganz gezielt in deinem Führungsstil einsetzen. Das, und das weiß ich auch immer aus meiner Arbeit mit vielen, vielen hunderten Unternehmern, von Führungskräften, CEOs, Geschäftsführern, das ist ein echter Gamechanger. Das verändert das gesamte Spiel und zwar das Kommunikationsspiel. Ich nenne das ganz bewusst so, weil das ist ja wie beim Tischtennis, so ein Pingpong. Ja, so wie du diesen Ball rüber schmetterst oder ganz sanft auf die andere Platte wirfst, schlägst, so kommt es dann auch zurück. Und das heißt, du weißt nicht, wie der andere reagiert, du weißt nur, dass er reagiert. Und das ist sehr davon abhängig, wie du diesen Ball schlägst, wie du kommunizierst. Also, lass uns starten. Warum ist Körpersprache so wichtig für uns Unternehmerinnen, Unternehmer, Führungskräfte, Geschäftsführer, Berater, Experten? Warum? Naja, weil die Körpersprache viel mehr überträgt als nur die Bedeutung der Worte. Im Gegenteil, sie gibt den Worten erst ihre Bedeutung. Und zum Beispiel so ein selbstsicherer Händedruck hinterlässt eine ganz andere Visitenkarte deiner Persönlichkeit, als wenn man da wie so ein, kennst du diese Hände, die so durchflutschen wie so ein Totofisch? So, ich sehe jetzt schon bei einigen, die so machen, genau. Oder so ein ganz klarer Blick im Gesicht wirkt doch ganz anders, als wenn jemand so ganz unsicher mit den Augen hin und her flackert. Die Art, wie wir uns durch den Raum bewegen, ob da einer so rumschlurrt oder einen federnden Gang hat oder einen dynamischen Gang oder mit ganz großen Schritten läuft und es macht so Wumm, 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 alles wirkt anders. Und all das sendet Botschaften. Selbst das ganz kleine Bewegen einer Augenbraue ist eine Botschaft. Und wie oft habe ich schon und du bestimmt auch Geschäftsverhandlungen erlebt, bei denen überhaupt nicht die Worte zählen, sondern die Stille dazwischen. Dieser eine Blick oder dass die Augen verdreht werden oder dass die Haltung zusammensackt. Die Körpersprache, die kann so vieles. Die kann in den anderen Schachmatt setzen. Die kann Macht demonstrieren. Die kann Vertrauen schenken. Die kann ermutigen. Eine Hand auf der Schulter. Kann ermutigen. Eine Hand auf eine Hand. Kann Vertrauen schaffen. Wenn es aus dem Herzen kommt. Und wenn es falsch gemacht wird, erreicht es das genaue Gegenteil, egal was du sagst. Also will ich dir hier in dieser Folge drei schnelle Tipps mit auf den Weg geben, damit du jetzt nicht nur im Bewusstsein hast, der Körpersprache ist wirklich was, worum ich mich immer kümmern sollte, wenn meine Kommunikation noch ein Stück leichter mir fallen soll, wenn ich wenige Missverständnisse haben will. Also wenn du da so denkst, hey, da ist noch Potenzial, dann könntest du dich jetzt mal selber fragen, macht es dann nicht Sinn, dass ich mich mal ein bisschen stärker um meine Körpersprache kümmere? Wenn du nicht weißt, wie du anfangen sollst, diese drei Tipps. Erstens. Super wichtig, ob du stehst oder sitzt. Gerade Haltung. Eine aufrechte Körperhaltung signalisiert einen aufrechten Geist. Nicht umsonst hat die böse Hexe in den Märchen einen ganz krummen Rücken. So. Meine gerade Haltung signalisiert dem Gegenüber auf der unterbewussten Ebene Selbstbewusstsein. Zweitens. Augenkontakt. Blickkontakt heißt Blickkontakt, weil er Kontakt schafft. Und hier in unseren breiten Graden sind zwei bis vier Sekunden Blickkontakt beim Zuhören und beim Guten Tag sagen eine sehr gute Zeitspanne. Weil das zeigt, du bist aufmerksam und du zeigst Interesse. Aber starre den anderen nicht an. Ja, so wie in der Schule bei diesem Machtkampf blicken. Sonst denkt man irgendwie, du bist vielleicht, keine Ahnung, Psycho oder so. Oder ich. Das solltest du nicht machen. Jemand soll ins Auge starren. Das ist übertrieben. Aber, dass du auf deinen Augenkontakt achtest und vielleicht nicht Guten Tag sagst und auf dein Handy guckst oder auch beim Mitarbeiter so, ja, grüß dich und guckst ihn gar nicht an, das sind Dinge, die wirken extrem verletzend und du schadest dir viel mehr, als du glaubst. Drittens. Achte darauf, dass Mimik, also die Sprache deines Gesichts und Gestik, die Sprache deiner Hände, im Einklang sind. Wenn du im Wort Ja sagst, aber dein Körper Nein schreit, weil du zum Beispiel dabei mit dem Kopf schüttelst oder deine Hände irgendwie plötzlich in deinem Rücken verschwinden oder eine Aggressionsgeste, die kann ich dir jetzt schwer zeigen, weil ich jetzt gerade im Podcast aufnehme, aber wenn dich das interessiert, dann schreib das mal in die Kommentare, dann mache ich dann dazu auch nochmal ein Video, damit du das besser sehen kannst. Wichtig ist, dass du erstmal merkst, das, was du sagst, muss dein Gesichtsausdruck auch ausdrücken. Also wenn du sagst, ja, das mache ich gerne, runzelst aber die Stirn und dein Mund sieht so aus, als hast du eine saure Zitrone gebissen, dann wirkt das jetzt nicht so, als ist es stimmig. Und das ist ganz wichtig, Stimmigkeit, stimmig sein, ist das A und O von Vertrauen. Und wo ist wohl Vertrauen neben dem ganzen privaten Umfeld, was wir haben, was natürlich das Wichtigste im Leben ist, aber wir sind ja hier im Business-Kontext und im Business-Kontext kann ich dir sagen, es wird unterschätzt, wie wichtig Vertrauen für gesunde Geschäftsbeziehungen sind und am Ende auch für geschäftlichen Erfolg. Das heißt, der andere sieht an eurer Körpersprache immer dein wahres Ich und auch die wirklichen Absichten. Die spiegelt nämlich die Körpersprache. So, und ich würde gerne diese kurze, knallige Folge mit dir beenden mit einem Gedankenspiel. Denk doch mal an jemanden, den du wirklich bewunderst, einen Leader, wer auch immer dir da einfällt, keine Ahnung, Obama oder es kann vielleicht sogar Oprah Winfrey sein, die ist zwar eine Moderatorin, aber die bewegt ja Massen, eine ganze riesige Community, also jemand, wo du sagst, ja, also ob das jetzt Elon Musk ist, ob das ein Wirtschaftsmagnat ist, ein anderer oder, ich weiß es nicht, an wen du jetzt gerade denkst. Und überleg mal, wen du wirklich bewunderst. Und jetzt frage ich dich mal, was macht ihre Körpersprache, was macht seine Körpersprache so besonders für dich? Überleg mal so drei Sachen, was ist das? Also wenn ich jetzt an Obama denke, ist es zum Beispiel, dass er eine sehr natürliche Körperhaltung hat, also nie starr ist. Das heißt, er hat eine dynamische Art, sich zu bewegen und lacht und lächelt sehr oft, gerade für einen ehemaligen Präsidenten. Viele Männer versuchen nicht so viel zu lachen, weil sie denken, es raubt ihnen Souveränität. Aber er zum Beispiel hat das sehr intensiv gemacht. So, als Beispiel. Und die Frage, die dahinter steckt, bei deinem inneren Vorbild, wie könntest du das denn in deinen Führungsstil adaptieren? Also beispielsweise, wen ich, aber wahrscheinlich vielleicht auch vor 23 Jahren, hatte meine Reise in Persönlichkeitsentwicklung und in Consulting, in Coaching, als Beraterin, später als Körpersprachexpertin, jetzt als Chefin der ersten deutschsprachigen Charisma-Schule für Unternehmer und, und, und. Meine Reise hat angefangen mit Anthony Robbins. Und der zum Beispiel hatte in seiner Körpersprache Energie. Ja, wirklich Energie und Leidenschaft. Und wenn du dir zum Beispiel sagst, ich möchte jemand sein, der viel Energie hat, dann könntest du das in deinem eigenen Führungsstil adaptieren über die Körpersprache, also über das Wie und nicht über das Was. Denn die Körpersprache ist ein mächtiges Werkzeug in der Führung. Und deshalb lege ich dir wirklich ans Herz, daran zu arbeiten, denn ohne eine echte, authentische Körpersprache, die wirklich zu dir passt, die nicht so aussieht wie draufgepinselt, wird dir deine Führung in deinem Unternehmen schwerfallen. Werden vielleicht auch andere an dir vorbeiziehen, die nicht halb so gut sind wie du. Weil einfach Körpersprache dazu führt, dass du wahrgenommen wirst, dass du eine Präsenz ausstrahlen kannst. Und das ist ein Teil, es gibt noch mehrere, von Charisma. Denn Charisma entsteht im Inneren, wird aber im Äußeren sichtbar. Und du kannst auch die Körpersprache nutzen, damit du ja dieses innere Charisma auch anstupst. Ja, das ist sozusagen kein Einwegesystem, sondern das wird von innen entwickelt, Charisma, aber man kann es von außen mit unterstützen. Und das ist die Körpersprache, die ich als ganz sensibles und mächtiges Werkzeug in der Führung dir an die Hand geben möchte. So, ich hoffe, bei dir hat es ein bisschen Klick gemacht und du konntest vielleicht die ein oder andere Sache hier mitnehmen, um dir zu sagen, Mann, das ist ja eine ganz neue Dimension, die ich hier mit integrieren kann. Und dann kann ich dir sagen, ja, nicht nur für deinen Führungsstil, sondern auch für deinen charismatischen Führungsstil in deinem Business. So, das war die kurze und knackige Folge. Ich gebe dir nochmal die drei Tipps, falls du sagst, wo hast du mir jetzt weggerutscht? Erstens, gerade Haltung. Zweitens, Augenkontakt. Zwei bis vier Sekunden. Und drittens, halte Mimik und Gestik im Einklang. Du Liebe, du Liebe, ich danke dir sehr für deine Zeit. Das war es heute bei Big Bang Live, dein Podcast für Neustart in Herzen und Körper. Silke war hier und ich will dir nochmal sagen, wie immer, trau dich, du zu sein. Deine Silke und ein Lächeln.